Hast du deine Lebensfreude verloren? Hast du keinen Antrieb und weißt nichts mit dir anzufangen? Und wolltest du schon immer mal wie ein Bekloppter mit über 150 kmh in einem Jetpack durch eine vielseitige Höhle fliegen? Dann ist jetzt deine Chance! Für nur 50 Euro könnte der Traum Wahrheit werden. Und wenn sie den Flug überleben, bekommen sie ihr Geld sogar zurück. Hier einen Blick auf einen zufriedenen Kunden. Oh ja, los geht's! Hui, das ist ja schnell, ist das schön hier drin. Oh, 170, das schafft mein Drabi ja nicht mehr auf der Autobahn, wenn es bergab geht, du. Schön, ich mach das heute zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ich stelle mich wahrscheinlich stimmlich blöd an, aber es sieht ganz interessant hier aus. Ich weiß auch nicht, wo der Wind herkommt, wir sind in der Höhle, das geht doch gar nicht. Ja, ja, die Physik, das ist schon was Interessantes, du. Und ja, hier haben sie ein bisschen am Licht gespart, aber das geht doch alles locker flockig. Und hier rüber und da ist auch schon wieder der nächste Fackel. Ganz schön und, oh, war's das schon? Oh, krieg ich jetzt mein Geld zurück? Oh, das ist ja schön. Was zum... Jungs, schaff die weg! Hey, was machen Sie doch? Lassen Sie mich los! Jetzt neu! Wollten Sie auch schon mal wie jeder andere normal denkende Mensch mit über 200 Sachen mit einem Helikopter-artigen Gefährd durch eine vielzangehöhle fliegen? Dann schlagen Sie jetzt zu! Oh, schöne Sicht hier. So, und jetzt fliehen wir hier rein. Schönes Beat, wie sich so gehört. Und jetzt hier auch scharfe Linkskurren. Ah, oh, das war meine Kunsthüfte. Rufen Sie jetzt an unter 080. 6 mal die 6, 3 mal die 7, 4 im Quadrat und Wurzel 3 mal Pi.